hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von als erstes natürlich immer wieder hier tiere das auch anders sein so was haben wir vor ich weiß es nicht mehr ein neuer tag ein neuer wolf vermutlich auch nur weil er schon braucht kassan zu einen auftrag zu ende sie musste nur noch ihre belohnung abholen dann okay gut und das erste ja es ist ein paar tage her dass ich gespielt habe deswegen muss ich mich ein bisschen orientieren hier finden wir ein bisschen was er hat denn hier die ganze tier getötet uns nicht ausgenommen warum räumt niemand die leichen hier weg so kann ich dir irgendwie helfen du hältst dich für großartig oder was du spielst für das spartanische heer in meger ist die helden und nun hältst du dich für allmächtig unfassbar dass ich für die stadt eine statue von dir fertigen soll ich habe meine arbeit erledigt eine statue ist leicht übertrieben bevor ich dir zu ehren eine statue fertige solltest du etwas für die menschen hier tun mein dorf wird von einem rudelwölfe geplagt du willst eine wahre heldin sein dann ist das deine chance wölfe ja richtige wölfe nicht nur ein arroganter spartaner mit albernem helm du willst dass ich ein rudelwölfe erlege ja bring sie alle um da hast du aber glück ich habe mich schon darum gekümmert dich zu treffen war ein geschenk der götter ach nimm dies für deine mühen dieses leben hat dir nicht viel zu bieten aber an bord meines schiffes wartet ein neues leben auf dich komm zu uns wir brauchen jemanden wie dich malerei und bildhauerei waren immer meine berufung doch jetzt ist es zeit zu rudern ich bin dabei schön öffne schiffsmenü ah ja aufwurfsperre plus 8 feuerkraft gewinnen beim rammen dann kann man das ändern spanzerung was falsch haben schiffsspanzerung 8 gesunde für alle berufsleute plus 6 wiederherstellung des schiffs nach intern sperrschaden schaden durch brandspeere 6 außer der rudera plus 8 feuerkraft gewinnen beim rammen ich will noch spalten wenn noch spalten das ich lasse das erst mal so wir kommen ja nix machen besser den rumpf und mehr wurz leute kann ich nicht fehlt holz quest abgeschlossen ein neuer tag ein neuer stufe aufstehen und eine neue gravur freigeschaltet ich möchte gerne das mit dem wolf zählen machen so so ist es aber für ein paar löwen das für jäger schandt dann oft zum nächsten quest die da wäre prinz von persil stieß auf einen blinden jahr das ist ja sowas das und das ach in der ganzen griechischen welt das ist mein schiff das sind fragezeichen ein bisschen was entdecken das ist der strand wieso wird man da wahrscheinlich dahinten war das verbrennte dorf ein paar normas dann hätten wir da noch was denken wir alles mal ein bisschen auf was soll das wo denn ok ähm da hätten wir noch was in 230 metern wenn ich erwischt werde habe ich ein problem wieso geh doch einfach runter ok Okay. Ich habe den nicht gesehen. Wieso soll ich die aufheben? Ich will die nicht aufheben. Sperrstunde, griechische Welt, Megaris. Das draußen ist es zu gefährlich. Deshalb sitze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald von Tripodiskos nach Nordwesten. Ich treffe mich am Altar der Opfergaben zu Füßen des Weingottes persönlich. Okay, haben wir erledigt. Haben wir da noch etwas? Aber für die anderen Sachen sind wir halt noch zu schwach. Wir können höchstens das mit dem Schiff mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Heiligtum, der Aphrodite entdeckt. Wo? Unter mir oder wo? Ach. Okay. Haben wir die drei Fragezeichen? Ja. Ich wusste schon, es sind drei Fragezeichen. Wer kennt noch die drei Fragezeichen? Ich meine jetzt die Hörspielkassetten oder Bücher, nicht die Serien. Da, die da. Ach. Gefilmt wurden. Können wir auf der Karte gucken. Schicksal des Wolfs. Wunderstufe. Ja, müssen wir weit reisen. Was ist in der ganzen griechischen Welt? Also wenn wir mit ihm... Auf ihre Reisen durch die griechische Welt auf der Suche nach ihrer Familie traf Kassandra noch jemanden, der seine Vergangenheit entfloh und eine ungeahnte Verbindung mit ihr hatte. Gejagt. Nikolaus hatte einst klargestellt, Kassandras Mutter lebe noch. Nach so langer Einsamkeit sehnte sie sich vielleicht wieder nach einer Familie. Diese Unvisionäre. Äh, ich wollte Karte. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Unendigte Antwort ist hier. Aber... Eroberungsschlachten. Senke die Stadtstärke, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Aber das haben wir doch schon. Oder nicht? Hm. Alles andere ist ja... Hier wäre noch ein Ausruf, Fragezeichen. Aber ist noch unentdeckt. Können wir mal in die Richtung gehen. Und schauen, wo man da was machen kann. Aber spartanische Herrschaft. Wir sind doch irgendwann für die Spartaner. Veteran. Mehr als ich allein schaffen kann. Ja, das schaffe ich nicht. Sagt sie ja selber. Ja. Totenschelle heißt, äh, über unser Level, ne? Vergiss es. Tschüss. Das machen wir nicht jetzt. Wir werden... ...werden... Das hier mal... ...weg machen. Ich möchte gern zu unserem Schiff. Und zum Schmied. Genau. Wir rennen zum Schmied. Ja. Oder aber... ...in unser Pferd. Reiten wir los. Genau. Ella. Ella. Ich bin schon fast da. Ach, die sind voll dicht mit mir. Ist alles okay? Ich würde sagen, ihr habt noch einen Pläuling. Ja. Gut. Herr Schmid. Kann ich dir helfen? Ja, erstmal alle Handelsgüter verkaufen. So. Dann können wir etwas verbessern, eventuell vielleicht. Gut. Können wir auch noch verbessern. Sehr schön. Was habe ich im Moment an? Kann ich das verbessern? Kein Geld mehr. Ja. Okay. Das Verkaufen. Verkaufen, ja. Egal. Wie viel zersammeln wir jetzt? Äh, verbessern. Kannst du jetzt meine Sachen verbessern? Gut. Und eventuell mein Rock. Ne, da fällt es an. Fell und Co. Gut. Gravierungen. Ja. Wie viel. Wie viel. Das war eigentlich okay. Und hier. hier noch was machen also ich bin mit dem hier noch nicht so ganz hintergestiegen plus 30 auf alle wieder bestands wert so so Haben wir hier noch. Achso. Okay. Schuhe kann man ja auch verbessern. Ja. Zum Beispiel. Kann man das nicht verändern. Ich würde aber gerne. Na egal. So haben wir gravieren, verbessern. Haben wir alles. Hab einen guten Tag. Jo. Jetzt. Arachne, Vatermörderin. Okay, nein. Ich wollte. Cut. Das ist unser Schiff. Martieren. Und Inventar. Schauen. Ich will das nicht ausrüsten. Kann ich das nicht zerstören? Achso, die Sachen kann man nicht zerstören. Ja, stimmt ja. Die sind ja alle. Die sind ja alle. Ach, das ist das mit den Zöpfen. Ich will das fett. Sorry. Was stand da? Also Gesundheit. 4855. Jägerschein. 473. Kriegerschein. 4590. Täter Schaden. 4590. Rüstung. 290. Komm, mit Leben. Was soll ich niederschlagen? Ach Gott. Ja. Wieso will ich zum Schiff? Ähm, das mit den Piraten, das ist ja, wenn wir unterwegs sind. Wir haben ja jetzt das Schicksal des Wolfes. Ähm. Auf Katern sein. Müssen wir denn hin? Ja. So viele kleine Inseln. Nach Puckis müssen wir. Wo ist Puckis? Da müssen wir hin. Ja, sind wir mit dem Schiff unterwegs. Schauen wir mal, ob wir, äh, ein paar Piraten sind. Nein. Okay. Ah, hier kann nur Lagan. Helmet ziehst du sowieso nicht an. Ich weiß, er ist nur Stufe 8 und mir gefällt am besten. Eigentlich brauche ich die zwei Sachen auch nicht. Ein bisschen aufräumen. Das ist selten. Alle Rüsten schlepp ich mal mit. Okay, Moment, wir können ja mal kurz auf irgendeinem Rock schauen. Okay, laufen wir halt mit denen rum. Gib mir Rüstung. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, wir gehen weiter im nächsten Part. Und werden wir ein bisschen so in die Richtung segeln und vielleicht ein paar Parallenschiffe finden. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios.